Hallo von Neues, in einer weiteren Folge von Let's Play Monster at Arise. Im letzten Part haben wir erfolgreich den Lagombi erjagt, was wir später wahrscheinlich noch mal machen müssen. Ich habe schon die Lanze davon, so ist ein Insektenglaver leider nicht, deswegen haben wir das wie gesagt noch mal machen müssen. Apropos, ich hoffe wir schon machen, bleib ruhig da, ich gucke immer ganz kurz bei unserem Katze was nach. Okay, okay, machen wir hier unten. Wer ist denn der nächste? Ah, Special Quest, machen wir später. Großwrogi. 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 Sehr schön, froggi, ich weiß es gar nicht. Body Plaza. Ah. Also gesehen, hätten wir ihn aber noch nicht bekämpft. Dann werden wir das jetzt nachholen. Ihr habt ja mit Gift gezahlt. Falscher Wort. Ich war bei meinem ordentlichen Lauf durch Turin, da taucht ein Großvorgi auf und schweigt Gift über meine neuen Laufschuhe. Was stimmt mit diesen Monstern nicht? Bitte räche meine Schuhe, ja. Das war ein Teure Jordans. Schön. Der schnellfüßige Kurier, wir kennen die nicht. Das ist der Schuh. 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 Ach schön. Natürlich ist der angeblich wieder unbekannt. Das ist aber nicht so laut. Unbekannt. das kann ich wie sie auf eine andere idee kommen ja wirklich da hat mir fast haben wir nicht ja nur kurz gesehen und hat uns angeschrieben aber vielmehr nicht so wie es beim echten leben bei mir auch ist also ich bin so blöd wie wohin hier ist eine linie ich habe auch schon ihn gehen so ich denn gott joho und sind wir die gar was herr frock wo sind sie auf mal du magst weil ich habe welches für dich und das macht eine richtige große explosion ist auch ach du scheiße das hier hat die waffe jetzt schon nicht weil mit der anderen eben hat sich sechs schluss und da habe ich mal nur zwei bis ich nachladen muss aber schon das glaube ich krasser exklusion als vergiftung hier auf mich ja ich will mich verarschen erste kleine monster aktualisiert wer für euch schon bild gemacht dann weiß er war jeden fall nur und mein ging hier ach das blaue sind gegen gifte ja Auch du mit deiner Blut Giftwolke, du verziehe. Eine Endlös-Kombo mit der Waffe macht mit der Explosion. Aber ich hasse alles. Warum bin ich gelockt? Nein, der Radius von dieser... Nein! Nein! Nicht die kleine Vorgi. Ui je. Oh, weiß ich ja gar nicht. Das ist der. Oh, mein Sound bricht voll zusammen. Oh. 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 Oh, was passiert hier? Oh. Oh. Boom. Oh. 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 da ist okay ich bin ich in danger ja bis mir jetzt was ihm die rüstung macht bis zu giften das ist interessant die ist ein bisschen im western style zumindest die männliche ich hab doch eben die gift genommen warum bin ich jetzt in einer von seinen giften reinläuft jetzt ist das weg warum mir jetzt wieder geheilt ich verstehe es nicht komisch hat sich anders gewesen sein weißt nein kommen sie her in der wüschung was hat ja deine männer muss das nicht mit die schlimmsten oder etwas wirklich was gegen trinken dann glaube ich wieder weg geben muss und da rennt er wieder eben sie stehen man geht zurück geht er dann was mich gar nicht berührt die tüten habe ich auch schon noch für wir stimmen zwar aha und ob er nicht ausweichen wo ein schlammkäfer da ist da wer vergiftet war voll im schlamm hier drin ich hab's auch nicht macht eigentlich oh mein gott wir müssen die schlangen auf das mitnehmen hier am boden manchmal ausdrücken weil wir in das feld weil du die danach benutzen dieses feld von der reinläuft dann heilst du dein gift jetzt habe ich das kann man ausgesehen bist du früh geflohen ich hab's ich hab's ich hab's ich habe auch ein bisschen immer so schön sich bewegen Dein Sein ich habe noch 100 Zauber gemacht okay darf man nicht noch an der Werbung nicht voll helle frisch dann kriegst du eine wutscheine da eine art von werbung jetzt endlich irgendwie aber die Antidobra Genau das mal Seh nix mehr hat mir so viel los Dann hörst du mal Wacht auf jeden Fall Explosionen Ja so ein paar Ja Nie der Zapport Ja man Ah Oh wieder neben Ja 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 Ja. richtig hier ist ein neues monsterbuch was ich dir nicht schon ja eigentlich das wird noch gesagt hier ist mit seinem kopfluss voll drin im boden ja so kein nichts ich will die ganzen küsse noch angucken hört gar nicht über den weiblichen aussieht kann man jetzt machen machen wir auch der paare ist ja nur jungen aber zweites würde ich nicht mehr und deswegen wo jetzt gab es ja nie doch achst du rauskommt im nächsten part ich glaube der geht relativ fix und dann kommt noch so kleine monster und so ist der nächsten queststufe und zack ja ich hab sie übersprungen fest erfüllt königsschnabel hast du auch ein königsschnabel erst nicht doch hast du so schade und einmal ein bisschen angeben tja und dann später bei wirklich wichtigen sachen machen die wichtigsten sachen des lebens russer mal akkosomen ok guck doch mal diese auch freizügig 1 mann heute ist mann ich bin la kombi oa la kombi ok die ist nicht freizügig egal sollte auf die werte gucken auch und nicht nur aufs aussehen k ja tell me what you need hat mit zu riechelt kann ich mir angucken wie das aussieht ja aber auf das erste gehen da von dem set immer dann x drücken auf das erste ja ja so siehst du nur die brust du kannst dir auch alles zusammen angucken wenn du ganz links auf das gehst noch eins weiter ja du machst es alles einzeln aber du kannst halt auch einfach ganz links auf das und dann hast du gleich alles und Arturus hört mir an kann ich ranzoomen was könnte er das komisch oh hallöchen er ist nicht gut für 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 was ist das hier da hat mir aber das andere was auch so wie gesagt ich würde mir eine ganze rüstung wo der allem für den anfangen noch nicht noch nicht ich kann mal selber bei den katzen auch nochmal gucken ich will mir ein anderes kinsekt es gibt bis jetzt nur die beiden das nur jetzt ach du lieber gott mit wem spiele ich hier kommt hier dazu was ist aber süß wo die habe ich schon frocki böse immer noch kein alter rot was ist das hier warum ist warum sie so zeichen ich dachte sie wissen ja alle soll das ich habe anspruch auch so war das ist das was du ausgewählt hast das ist ja noch ganz ja schlammkäfer jetzt haben wir feuer schlamm donner und schnee kiefer ja ach so wichtig ist mit uns reden immer noch nicht hier hier dann da aber ich hoffe ich hätte auch diese folge gefallen und im nächsten part könnten wir also wer war das stimmt ja ganz tolles der art zu rösten man kennt ihn also das solltet ihr nicht verpassen und dann einen like da lassen bis zum nächsten mal tschüss tschüss